Hallo Herr Jung, können Sie mir ein paar Worte zu STZE.com sagen? Ja, sehr gerne. Viele kennen ja die STZE.com als erfolgreichen Systemintegrator für PIM, MAM bzw. MDM-Lösungen. Wir helfen bei der Auswahl des richtigen Systems und begleiten die Einführung von Master Data Management oder von PIM-Systemen bis zur laufenden Betreuung der Installation. Jedoch die Wurzeln der STZ stammen aus dem Publishing und der Medienproduktion. Satzautomatisierung und Publishing unter Verwendung unterschiedlichster Datenquellen waren unsere Dienstleistungen lange vor PIM und MDM. Nahezu alle am Markt verfügbaren Publishing-Tools wurden von uns implementiert und teilweise auch in der Produktion selbst betrieben. Seit einigen Jahren nun sind wir Partner von Werk 2. Durch unsere große Erfahrung in automatisierten Publishing in Verbindung auch mit PIM und MDM-Systemen sind wir in vielen Publishing-Projekten ein gefragter Ansprechpartner. Wie steht STZE.com und Werk 2 in Beziehung? Seit nunmehr 2006 sind wir einer der erfolgreichsten Implementierungs- und Entwicklungspartner von Werk 2. Für viele namhafte Kunden haben wir gemeinsam innovative Projekte erfolgreich umgesetzt. Herr Jung, möchten Sie sich kurz vorstellen? Gerne. Ich heiße Ralf Jung und arbeite bei der STZE.com seit etwas über zwei Jahren im Bereich Publishing als Solution Consultant. Sie halten einen Vortrag zum Thema PrintSuite Meets PIM. Um was geht es hier genau? In unserem Vortrag PrintSuite Meets PIM, den ich gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel Hähnle halten werde, berichte ich Ihnen, wie die PrintSuite im Zusammenspiel mit PIM-Systemen die Anforderungen an einen zeitgemäßen Publishing-Prozess erfüllen wird und was im Gegensatz zu den traditionellen Ansätzen sich verändert hat. Es ist also alles besser und einfacher geworden oder es ist alles gleich geblieben, nur etwas anders. Vielen Dank für den kleinen Einblick, Herr Jung. Wie kann man Sie denn erreichen? Ja, sehr gerne. Können Sie mich jederzeit unter den eingeblendeten Kontaktdaten erreichen, falls Sie jetzt schon Interesse an meinem Vortrag haben, zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt zu mir auf. Ich freue mich auf jeden Fall, Sie alle gesund und munter wieder auf den PrintDays persönlich zu treffen und wünsche bis dahin alles Gute. Ich freue mich auf jeden Fall.